Yo Boys, wir sind hier auf Pirate Swap, wo du deine Kack-Skins in geile Skins auftauschen kannst. Du kannst aber auch Balance benutzen und wenn du Balance aufladen möchtest mit Echtgeld, dann kriegst du 35% mehr mit dem Code Crony. Deswegen tausche eure Kack-Skins in geile Skins und halt rein für den Spaß beim Video. Yo, wunderschönen Gebäude, meine Schwulen Spritzer. Cronys haben Start und ja, wir drehen hier weiter auf mit den Skins, die wir haben. Ich will erstmal ein paar Upgrades machen, weil wir jetzt doch schon wieder ein paar Seiten zusammengesammelt haben. Wir sind hier auf Keytrop unterwegs, natürlich erst ab 18, wenn ihr nur mit Kollegen übrig habt. Ja, wir machen hier auf jeden Fall mal ein paar spannende Dinger, würde ich sagen. Habe ich heute Bock drauf? Okay doch, komm. So, 150er Upgrade, können wir ganz entspannt starten. Entspannt, Kapi, sage ich auch immer nur, wenn es gerade gut läuft. Weil, wenn es nicht gut läuft, sind 70 Dollar extrem viel. Und solche Phasen hat, glaube ich, jeder. Ah, shit. Geld ist immer Geld und ich habe auch wieder gelernt, was Geld wert ist. Die letzten Jahre habe ich quasi, ja, mich super wenig mit Finanzen auseinandergesetzt und habe das so ein bisschen vorgelebt bekommen, würde ich sagen. So, bei mir gab es entweder nur, okay, wir haben Kohle und dann kannst du ausgeben, wie du möchtest oder wir haben keine Kohle und du musst halt Geld verdienen. Aber jetzt finde ich dieses ganze Finanzthema super spannend und auch dieses, was auf die Seite legen und ein bisschen vorausschauend und so weiter, finde ich sehr, sehr cool. Also muss ich sagen, die Lektion, bin ich immer noch dabei zu lernen, macht aber wahnsinnig viel Spaß. Auch was Investments und so weiter angeht, finde ich auch super spannendes Thema, dass man einfach, klar, für mein Leben wird es jetzt nicht zu spät sein, so will ich nicht sagen, aber nicht so sein, dass ich sagen würde, da hätte ich mit 20, 25 oder so am besten anfangen sollen. Ich meine, 30 ist immer noch okay. Ich kann immer noch anfangen und ein bisschen was, die Rente und so, auf die hohe Kante investieren. Aber hauptsächlich mache ich es natürlich für die Kids, dass man da guckt, dass die einfach ein sorgenfreies Leben haben. So, jetzt muss aber langsam mal schallern. Jetzt muss aber langsam mal schallern. Jetzt machen wir auch ein größeres, weil jetzt haben wir ja ein paar Mal verkackt. Jetzt muss doch mal wieder was Geiles gehen. Komm, wir nehmen das Lore. FN ist immer ein guter Skin. Ja, 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 besser ist. Freuen können wir uns nicht, weil wir haben trotzdem Minus gemacht insgesamt. Wenn wir das jetzt noch gewinnen, sollte man eigentlich relativ gleich auf sein. Wieder FN, feiler Skin. Ach man. Oder? Okay, wir haben bei knapp über 2000 gestartet. Jetzt haben wir 100er Minus. Wenn wir das jetzt wieder gewinnen, könnte man wieder auf knapp plus minus 0 sein. So eine hässliche, so eine hässliche P90. Nein, ich meinte, sie ist wunderschön. Ich will sie unbedingt haben. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt aber auch wirklich das allerletzte Upgrade. Wenn wir jetzt die 300 gewinnen, dann sind wir wieder gleich auf. Bitte. Rust Code. Geiler Skin. Unbedingt. Hey, Digger. Das kann man jetzt ewig so weitermachen. Und es wird halt einfach, es wird halt einfach katastrophal enden. Ich bin jetzt aber gerade voll in diesem Suchtring. Es kann nicht sein, dass ich jetzt so viel hintereinander verliere. Komm. Letzte Mal. Oder da danach den Skin nochmal. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, nein. Ja. Also ja, aber nein. Jetzt muss ich den Skin wirklich nochmal. Nochmal upgraden. Damit wir am Plus sind. Hoho. Boah, shit. Soll ich es tun? Angefangen haben wir eigentlich mit 1500 Dollar. Also, sind wir so oder so noch ein Taujen Plus? Knapp ein Taujen Plus. Okay, wenn ich das verliere, nicht mehr. Wenn ich das verliere, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Komm, bitte, 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 brumm, brumm. Bitte, bitte, brumm, brumm. 3, 2, 1, komm. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Geil, Alter. Geil. So muss es laufen. So muss es laufen und nicht anders. Bam. Ordentlich plus reingeschallert. Ordentlich plus reingeschallert. Nice. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Das ist Schmacko Fatz. Daraufhin machen wir erstmal gemütlich eine Lor-Kiste aus. Oh, geil, Alter. Komm, jetzt noch was cool. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Größte Scheiß rausgezogen. Können wir noch eine aufmachen, wenn ich es verkaufe? Ich glaube, ja. Komm, bitte. Jetzt noch eine Glockfade. Eine Glockpfade. Och, Mann. Wenigstens besserer Zustand, aber... Nee, 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 nee. Egal. Wir haben gut Profit gemacht. 200 Dollar. Am Ende des Tages so gut doch nicht. Aber ein bisschen haben wir gemacht. Ich danke fürs Zuschauen. Haut rein. Spider-Man. Ciao.